Wenn Sie sich ein geräumiges Auto wünschen, dann schauen Sie sich diesen Hyundai an. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Fünfganggetriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Dieses Auto ist unter anderem mit Audiobedienung am Lenkrad, einem multifunktionalen Lenkrad und einem Navigationssystem ausgestattet. Als zusätzliche Sicherheitsausrüstung hat dieser Hyundai außerdem Berganfahrhilfe, ein Reifendruckkontrollsystem, eine Rückfahrkamera und eine Rückfahrkamera.